Moins und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Let's Play vom Brickfoss! Zusammen mit BFIS 677612 mit BDMG B305 gegen Pitches und Eister1202 mit HSL. Der macht der liebe Dings hier, BFIS66612. Übrigens, ich muss unbedingt klären, wie BFIS zu seinem Namen gekommen ist. Er hat auf der Tastatur rumgehauen, fand aber, dass das nicht gut klingt und hat also noch ein bisschen weiter drauf rumgehämmert. So entstehen Namen, meine lieben Freunde. Komm, geh auf Pitches, der hat nix mehr, der holt so, gib ihm! Du bist so dumm wie ein Scheißer auf dem Gehweg! Da haut der einen Witz raus, Alter. Das war mein Ernst! Boah, Alter, ich bin so am Ausrasten, ey. Ach ja, ich habe übrigens noch eine geile Anekdote von mir zu Hause. Ah, 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 ich bin tot, ich bin tot, ich bin tot. Tot wie Brot, mein Lieber. Nein, von hinten, von hinter mir. Ja, nix mehr, der, fuck. Bist du irgendwie gerade Meister der Inkompetenz? Ja, toll, von zwei Seiten von Woody. Wir haben beide nix mehr. Soll ich denn riechen von Woody kommen? Ich habe gerade... Ich wusste, dass du dich aufregst. Seh dich überschreiben. Aber das ist gerade auch ganz ehrlich ein bisschen gestellt, damit das besser im Video rüberkommt. Weil, wenn ich normalerweise nicht aufnehme... Ich habe schon wieder so hart gefressen, als ob mir bei seinen kleinen Mikro-Panis in die Fresse geschlagen hätte. Ey, ich habe kein Prämie mehr. Ah! Peaches hat nix mehr, gib ihm. Gib der Schlampe. Ey, Jun. So, wir sind nur ein Punkt am Hinten liegen. Ja, das ist einmal ganz kurz, ja, und so Makro rangehauen. So, jetzt denkst du GP. Machst du den Superglitch da hinten? Nein! Ich und Glitchen. Ich glaube, die sind hier nicht. Ach ja, übrigens, ich habe in meiner Professionalität... Ach, die kommt mit dem... Ich habe in meiner Professionalität wieder Nachschub für Leichte reingehauen, übrigens. Ach, die kommt von rechts. Ja, ich sehe schon. Peaches ist da. Mein Warpie ist nicht aktiviert worden! Fuck, Alter. Moment, ganz ruhig. Mach auf Zeit, mach auf Zeit. Wie denn? Ich bin doch gleich da. Wenn sie beide auf mich kommen, soll ich auf Zeit spielen? Soll ich schreiben, kurz Moment, ich muss scheißen, oder was? So, und jetzt haben wir heute mal einen richtig geilen Moment, und zwar... Ich muss scheißen. Nein, er redet jetzt mal so komische Stimmen. Wieso soll ich jetzt komische Stimmen reden? Ja, red mal. Okay, als erstes nehmen wir die französische Stimme. Ja, guten Tag, meine lieben Freunde. Ich bin der GP aus Soxen. Mir wird leider wieder von die Bifis alles gestiehlt. Oh, da kommt wieder so ein halungischer Strossenräuber an. Sein Brickförst ist abgekackt, das ist nicht sehr professionell. Oh, da kam auch noch ein Stern nach oben. Bf-Probleme. Das ist nicht sehr super, aber ich hoffe, das hat sich bald wieder erledigt. Ah, ja. Ich nehm einfach nicht auf, du kannst ja aufnehmen. Weil dann gibt's wieder Probleme, muss ich zusammenschneiden. Nein, 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 viel zu viel Arbeit. Ich bin zu dumm zum Zusammenschneiden, wollte ich nur mal angemerkt haben, wa? So. Du kannst ja kurz mit Cut machen, dann geht's direkt weiter. Ich kann nicht cutten. Echt nicht? Ja. Okay, geh weiter, komm. Okay, Bifis ist wieder, so, Moment, wie so ein Schulkommentator, Bifis ist wieder da. Er hat die nächste Halbzeit übernommen, jetzt völlig neu angenommen und wieder völlig ausge, äh, ausgelockt. Verdammt. Wieder völlig ausgeruht, kommt er daher und ist heiß darauf, seinen Kontrahenten die Hölle heiß zu machen. Ich mach jetzt Sprinten, Jül. Er sprintet, er sprintet mir davon, oh, ich als Moderator habe keine Chance hinher zu kommen, äh, ja, es geht weiter. Guck mal, Sprint. Wuii. Guck mal, ich mach jetzt Parkour. Wuhu. Ich bin professionell. Ist der Ali kriminell, in die Heimat aber schnell, was ihr Idioten doch nicht wisst, dass Alis Heimat Deutschland ist. Ah, ha, 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 ha. Da haut dir aber wieder einen Witz raus, Alter. Ey, da hau ich einen Witz raus wie dich in die Pfanne. Pitches hat nix mehr. Boah. Boah. Pitches hat kein Prämie. Pitches ist down. Komm mal, schnell. Alter, was los? Ich hab tausend, zehntausend Score und du nix. Du nix. Ach toll, ich bin auch gar nicht rausgegangen, ey. Komm, Alter, Pitches ist bei mir, du Spast. Wärts wir Feuer sagen können, dann hätt ich ihn vorher klingen können. Ich sollte Feuer sagen anstatt Spast? Ja. Okay, alles klar, du bist so ein Feuer. Ich habe gedacht, du hättest mir vorher sagen können. Ach, vorher, ich hab Feuer verstanden, ich soll Feuer sagen. Wer ist JBW, Nick? Ah, ha, ha, ha. Der hat nix mehr. Ja, ich weiß schon. Hä, wer ist JBW, Nick? Keine Ahnung. Irgend so ein Random, denk ich mal. Den anderen gerade schön von hinten. Wieso ist der dann im Clan? Ach, das ist wahrscheinlich nur so eine Eintagsfliege, die er eh gleich wieder raus hat. Warte, ich brauche ihn vor. Oh, 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 oh. Nein, Pitches hat ein HP. Der ist wanted mit Black Widow. Unrepariert. Guck, ich spiele jetzt zu 1. 4-1-1, oha. Meine lieben Freunde, ich muss euch leider etwas gestehen. Als Bifis rausgegangen hat er jetzt ganz kurz seinen Iron Bot und Makro reingehauen. Also, ich lasse euch jetzt wundern, warum aus diesem Super-Versager Bifis-Wurst, also aus der Bifi 0, eine Bifi 1000 wird. Das, nein, 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 nein. Das liegt wohl ganz anders dran. Ich nehme mir jetzt nicht auf, dann bin ich viel konzentrierter, höre mehr auf Schritte. Ah, schuh. Ich sehe schon, wie sehr du auf Schritte achtest. Immer muss ich kommen und dir den Arsch retten, ey. Aber die 2-Jakt hat eh gegen die, ne? Nicht so wie du, ne? Negativ. Nicht dein Ernst, ich bin negativ. Was? Ich bin negativ? Ich bin im Negativ, ich fass es nicht. Was ist denn das? Giga-Lack oder BF abgekackt? Okay, nur Giga-Lack. Ey! Giga-Lack? Ne, 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 ne. Der kam wieder von... Titten! Aua. Pitches hat nichts mehr. Ja, ich muss gerade kurz meinem fetten Penis, äh, fetten Penis, sorry, ich wollte sagen schlimmen Laune, ähm, Luft schaffen. Bifis, du rennst alleine vor, du bist ja schlimmer als Brave, du wirst jetzt eh gleich wieder recken gehen. Nein. Doch. Oh, die beide kommen, helf mir doch. Vor allem jetzt schon wieder, jetzt brauchst du meine Hilfe. Ah, ja. Geh vor meinem Glitter-Trick. Machst du mich gerade an, reibst du an meiner Lampe? Was dagegen? Ja. Brave spammt mich gerade voll CW3. Meine Pistel schießt nicht! Ja, ja, ja. Ich hab's auf Video, mein Lieber, du nicht. Ich hab's auf Video. Ja, Video. Bist du Video-Fan? Bist du Video-Fan? Was bin ich Fan? Video-Fan. Was ist ein Video-Fan? Was ist ein Video-Fan? Hinter mir! Ja, hinter mir. Mein Prämie ist weg, obwohl ich fiel. Das ist echt zu viel. Der andere kommt. Der andere kommt. Ich bin tot. Wie Brot. Gib ihm. Danke. Ich habe dir gerecht. Du hast mich nicht gerecht. Du hast mir einfach wie Judas abbrecken lassen. So sieht's aus. Nein. So, pass auf. Ich lasse dich jetzt einfach abbrecken. Los, stirb mal. Geh weg. Nicht ich, du! Hey, hier, Peaches, Eister. Ihr sollt ihn killen. Sei doch zum Scheißen, oder was? Wie gerade geht das? Gewaltigst du gerade deine Maus, oder was? Jetzt. Ah, ich habe kein Prämie mehr. 52. Ja, nee, 100 habe ich. Eister hat keine Rüstung mehr. Ja. Ja? Ja. Ja, und jetzt? Eister hat nichts mehr. Komm, verreckt. Komm, verreckt. Nein, verreckt. Okay, Moment. Verreckt doch in der Hölle. Nein! Du bist so dumm wie hüttes Scheiß auf dem Gehweg. Du inkompetente Stück. Ich wollte ihn nahe kampfen, dann hat er auch da hingegriffen, hat aber Dreck getroffen. Ach, du wolltest ihm bloß seinen kleinen Mikropenis in seine Kniebeuge reinhauen. Ach, da haut er wieder seinen Witz raus, Alter. Okay, Leute, also ich hoffe, euch hat dieses etwas komische LP nochmal gefallen. Und bis dann. Wenn ihr für eine Freude bereits wollt, abonniert den. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Haut rein. Ciao. Ciao.